Traurige Nachrichten Unglaublich Das dringende Update ist heute eingetroffen. Überrascht Die Zukunft von Niklas Füllkrug ist entschieden, die Fans waren verrückt nach dieser Nachricht. Du wirst nicht glauben. Aber bevor Sie Ihnen diese Neuigkeiten mitteilen, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie diese Neuigkeiten nicht verpassen, denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen. Mit 16 Saisontoren sicherte sich Niklas Füllkrug in der vergangenen Saison bekanntermaßen die Torschützenliste der Bundesliga und schoss dadurch ins Rampenlicht. Seitdem wird darüber spekuliert, ob er seinen bis 2025 laufenden Vertrag bei Werder im Sommer verlängern wird oder nicht. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder-News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank! Auch weiterhin Der Spieler hat bereits ein erstes Angebot von Werder Bremen erhalten, doch laut Kicker entspricht er nicht den Erwartungen von Füllkrug, sodass der Stürmer nicht annimmt. Hallo Werder Bremen-Fan, bist du optimistisch, dass Füllkrug bleibt oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreibt es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.